Der Omega Chronograph Speedmaster Apollo 8 Dark Side of the Moon ist eine Luxusuhr, die Teil der legendären Speedmaster-Kollektion von Omega ist. Das Gehäuse aus schwarzer Keramik verleihen ihr ein elegantes und modernes Aussehen. Bei dieser Uhr handelt es sich um einen Chronograph. Das heißt, sie verfügt über zusätzliche Stopp-Funktionen. Die Dark Side of the Moon wird von einem Omega Kaliber 1869 angetrieben, einem mechanischen Handaufzugswerk, das für seine Präzision und Zuverlässigkeit bekannt ist. Es verfügt über eine Gangreserve von ca. 48 Stunden. Insgesamt handelt es sich bei dieser Uhr um einen stilvollen und leistungsstarken Zeitmesser, der das reiche Erbe von Omega mit modernen Design-Elementen verbindet. Sie ist eine beliebte Wahl unter Uhrenliebhabern und Sammlern.